Die Geschichte, die in diesem Band erschienen ist, heißt Corona Insuffizienz. Ich lese einen kurzen Auszug. Von dem Erbe konnte ich im letzten Jahr auf dem Eigelstein das Café Bohne eröffnen. Meine persönliche Philosophie, Kaffeemanufaktur, innovative Gastronomie und Begegnungsstätte. Ich importiere nur Bohnen von Plantagen, die ich persönlich kenne, die nachhaltig anbauen und ihre Arbeiter fair bezahlen. Dafür gebe ich 20% auf den Fairtrade Preis obendrauf. Röste selbst auf dem Dachboden, äußerst schonend, bei knapp über 200 Grad Celsius, jede Sorte im eigenen Trommelröster. Im Parterre und auf der ersten Etage ist die Gastronomie. Darüber der Wohnbereich. Meine, mein, nein, unser persönliches Paradies. Vom ersten Tag an war die Pütz dabei. Ganz in Schwarz auf ihren Gehstock gestützt, dessen silberner Knauf zwischen krallenbewehrten, knochigen Fingern hervorlugte. Die Kroko-Handtasche schlackerte gegen das Holz. Die weißen Haare hatte sie zum Nackenknoten gebunden. Darüber saß ein schwarzes Kapotthütchen, dessen kickdrapierter Spitzen-Schleier die Stirn halb bedeckte. Dame durch und durch. Nicht zuletzt der Gesichtsausdruck. Ein Pokerface. Sie erwiderte meinen Gruß nicht, sondern spähte nach rechts und links, setzte sich schließlich in Bewegung und steuerte den letzten Tisch am Fenster an, von wo aus sie mit dem Rücken zur Wand nicht nur die Straße, sondern auch das Café bis in den Arbeitsbereich in der Küche überblicken konnte. Als sie hier die Karte reichte, nahm sie sie mit hultvollem Kopfnicken entgegen und studierte sie gründlich, ehe sie einen Kaffee-Krämer verlangte, den sie seitdem immer bestellt. So wie sie immer den Tisch in der Ecke haben will. Und kriegt. Da sie meist schon vor der Tür steht, wenn ich aufschließe, kommt es so gut wie nie vor, dass er bereits besetzt ist. Mit der Zeit habe ich mir allerdings auch angewöhnt, ein Reserviert-Schild darauf zu platzieren, dass ich erst abräume, wenn sie gegen Mittag aufbricht. Gelegentlich kommt sie auch nachmittags vorbei. Dann muss bitte ich Gäste, die sich in der Ecke niedergelassen haben, den Tisch freizugeben, was schon mal auf Widerstand stößt, aber bei ihrem Anblick lächeln die meisten verständnisvoll. Ihre scheinbare Gebrechlichkeit mag dazu beitragen. Gepaart mit einer Hoheit, die keinen Widerspruch duldet. Ein bisschen wie Queen Mum, die zu Lebzeiten allerdings ein wahrer Sonnenschein war, im Vergleich zu Apollonia Pütz. Nein, vorgestellt hat sie sich nie. Sie bevorzugt die schriftliche Form. Herr Huber, so beginnen ihre Briefe, mit Entsetzen habe ich zur Kenntnis genommen. Mit Höflichkeitsfloskeln hält sie sich nicht auf. Die Schlussformel lautet stets in größter Sorge und Erwartung einer Besserung. Apollonia Pütz Damit meint sie nicht meine Gesundheit. Die geht ihr sonst wo vorbei. Wie ihr alles jenseits der eigenen Befindlichkeit sonst wo vorbeigeht. Auch wenn sie die Dringlichkeit jeder ihrer Beschwerden damit unterstreicht, dass es keineswegs um ihr Persönliches, sondern um Wohl und Wehe mindestens meiner Kundschaft, wenn nicht der Bewohner des Planeten gehe. Ja, mit diesem kleinen Einblick in eine anstrengende Kundin in einem Café, verweise ich noch einmal auf den Band. Café Mokka tut herausgegeben von Anja Marschall. Kurzkrimis rund um den Café erschienen in Emons Verlag. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen wunderschönen Tag.